Ich begrüße euch heute zu Nobis Kopfstunde. Und zwar habe ich heute das Thema Knoblauchschälen. Und zwar das Knoblauchschälen, das geht mir sowas auf den Sack. Das ist so ein Scheiß, dieses die Priemele. Aus dem Grund habe ich mir hier so ein Teil zugelegt. Das ist so ein Silikon-Schlauch. Sowas ähnliches. Und wie man damit den Knoblauchschälen, das zeige ich euch jetzt gleich. Wie lief es denn bisher? Also ich nehme hier eine Knoblauchschäle und ein Messer und ziehe hier die Schale ab. Das funktioniert mal gut, mal weniger gut. Manchmal ist es aber auch voll ätzend. Also ich nehme hier einfach die Knoblauchschäle und das Röhrchen hier, stelle jetzt die Knoblauchschäle vorne rein und wupple das Ganze eine Zeit lang. Und fertig kommt die geschälte Knoblauchschäle raus. Ich nehme noch eine Knoblauchschäle, stecke sie wieder vorne rein, wupple das Ganze und fertig kommt wieder die geschälte Knoblauchschäle. Und die nächste Knoblauchschäle stecke ich vorne rein. Das Ganze wird ein paar Mal hin und her und wieder ist sie geschält. Also es geht ganz einfach und richtig schnell. Zum Schluss möchte ich nur noch erwähnen, dass der Knoblauchschäle nur ein paar Euro kostet. Und ich denke, die Investition nutze ich. Und ich würde mich freuen, wenn er das nächste Mal wieder einschalten würde bei Nobby's Kochschäle. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017